Die Feuerwehrkommandant Brandrad Heribert Meierhuber der Widerstandsbewegung zur Sprache und mahnte ständiges Gedenken an die Zeit des Schreckensregimes an. Gleichzeitig würdigte er die Leistungen der damaligen Generation, des Wiederaufbaus und der Sozialpartnerschaft und wies auf die Pflicht hin, dieses kostbare Erbe weiterzuführen. Die wichtigste Aussage dieser Veranstaltung soll einmal das beinhalten, dass erstens einmal 60 Jahre Frieden, 50 Jahre Staatsverträge keine Selbstverständlichkeit sind. Und wir eigentlich es zu verdanken haben, unseren Vorfahren, die den Krieg miterlebt haben und trotz körperlicher Behinderung und langer Kriegsgefangenschaft unser Land wieder aufgebaut haben. Also ich muss sagen, es sind alle Beteiligten sehr diszipliniert gewesen. Und das ist einmal Voraussetzung, damit man überhaupt so ein Fest abholen kann. Man kann der Gemeinde nur Danke sagen für die Idee und alle denen, die sich bereit erklärt haben, mitzutun. Das ist ein Zeichen, dass der Ort wie ein Haag mit 2100 Einwohnern wirklich zusammenhält, wenn es darauf ankommt. Die Landtagsabgeordnete Gerda Weixler unterstrich in ihrer Ansprache die Wichtigkeit, wachsam gegenüber Chauvinismus und Geschichtsverzerrung aufzutreten und bezeichnete den vor 50 Jahren unterzeichneten Staatsvertrag als Geburtsurkunde für Österreich. Auch sie bekannte sich zum Gedenken, aber auch zum Lernen aus der Vergangenheit. Der Landtagsabgeordnete Alfred Frauscher wies in seiner Rede auf das Hochhalten von Tradition und Gedenken an das grausame Regime der Nazizeit hin, dankte der Kriegsgeneration und nannte als Hauptvorteil der heutigen EU die Sicherung von Frieden und Wohlstand. Den Höhepunkt des Abends bildete der große Zapfenstreich der Marktmusikkapelle Haag mit Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und Mahnwache des Bundesheeres mit Salutschüssen. Was ist der Hauptbeweggrund, dass Sie heute da sind? Der Zapfenstreich. Der Zapfenstreich. Winden Sie Gedenken wichtig? Ja, gehört auch dazu. Mal die 60 Jahre Frieden, Staatsvertrag, Heldenhehrung, damit es nicht in Vergessenheit geraten. 60 Jahre Frieden und 50 Jahre Staatsvertrag. Schatzvertrag, Schatzvertrag, 60 Jahre Frieden. Sehr klar, was sonst? Frieden, Frieden haben wir es an, nein, Gott sei Dank. Wie wichtig ist es für Sie Gedenken? Ganz wichtig. Weil es ist gut dabei, nicht mehr. Hiedel, Jungen, gar nicht scheiß. Aber es ist immer was. Gott sei Dank haben wir Frieden, nein, Gott sei Dank. Trotz vieler feuchter Augen ließ der Wettergott die Bekleidung der Zuschauer an diesem Abend trocken bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020